Erstmal hier, hier ist ja auch irgendwas da So, Kaminrot Pfeilwurz Hm Wah, Scheiße Hä? Hab ich mich grad in eine Granate geworfen? Hä? Ich hab da doch gerade eine Granate hingeworfen Hä? Verstehe ich Ich frag mich grad, guck schon wieder, aber die Explo... Ach, das sind Steine Ah Dann bin ich erbeugt Ich hab nur einen Stein geworfen Äh Oh, das war jetzt eine Granate Alter, sie reagieren Mal sehen, ob ich eins erwischt hab Ne, nur einen Stuhl Und das halbe Haus, nein, das war schon vorher schon Äh... Ich bin so glücklich F Oh 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 Ja Mmh... Wildschweine, die sind jetzt alle weggelaufen und deswegen kann ich leider die Quest nicht machen Ey, hast du, wie nervt sind diese Anzeigen? Die kommen vorhin nicht drauf klar, hier. Diese Quest-Anzeige ist viel zu riesig. Ich höre die ganze Zeit irgendwo ein Schwein. Ja. Es wird jetzt hier gemessert hier, los. Ach so, ja. Ein bisschen eklig, ne? Oh Gott. Okay. Schweichen, 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 Schweichen. Oh, komm. Okay, grüne Bäume, ich baue noch ein Schwein. Und... Es rollt immer weiter. Hä? Oh, geile Animation. Jetzt brauche ich noch blaues Kraut. Blaukraut macht Blaukraut. Brautkleid macht Breitklaut. Ah. Hab ich. Wie er schnell reinzieht. Ja, warte. Nein. Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen einen Krokodil. Schnellreise. Ach so, KFG. Schnellreise. Lieber. Ups. Heimat. Bruder. Rettung. Tata. Tatao. Mann. Wahnsinn. Dschungel. Heimat. Krieger. Mutter. Wahnsinn. Tatao. Wahnsinn. Stirb. Beobachte. Neues Tutorial. Ach nee, sprich mit Dennis. Guns for Sale. Ach, so ein... So ein Automaten. Ist das jetzt hier mein... Mein Haus? Mein Zimmer? Ich hab mir aber keine Hühner ins Zimmer gehangen. Da bin ich mir sicher. Ihhh. Zzzz. Ne, ich kauf das bei der Oma. Das ist viel cooler. Und, und, und jetzt? Dschungel. Dennis. Ich hab die Pläne und Tiere. Gut. Dann brenn Natur auf deine Wille. Ich werde dir教en. Okay. Herstellung. Jetzt benutze die Pläne, die du gefunden hast. Du kraft zwei Syringes. Syringes. Okay. Auswählen. Herstellung. Herstellung. Gut, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods, if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Syringes. Yes. One last thing. The Tatau on your arm. It is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each Tatau, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Okay. Now, I will teach you the takedown. Sehr schön. Time for the takedown. Granaten abkochen. Äh, wo denn? Ich kann... Ich kann hier nur Granaten ab. Achso. Ah, okay. Takedown. Spinne. Heimliche takedowns und überleben. Angriffs takedowns und Heilung. Takedowns auf große Distanz und Beweglichkeit. Dann würde ich mich für Reihe und Spinne entscheiden. Äh, Tattoo ansehen. Ach, jetzt hörst du das einmal doch Tattoo. Wow, wunderschön. Achso, muss ich mir das Tutorial sehen. In der pixeligen Kamera wird mir gezeigt, dass ich einfach von hinten den Totmesser... ...und ich nicht mehr zufrieden bin. ...und ich bin zufrieden. Kann ich jetzt bitte hier raus? Hallo? Ja, ist, ist okay. Achso. Rechtsklick. Noch eins? Neh, ich Sprinde. Sprint, Schlittern. Neh, das ist langweilig. Ah, das ist noch langweiliger. Neh, ich Sprint, Schlittern. Neh, ich Sprint. Achso, das kann ich schon. Ja, und woher weiß ich denn, was ich jetzt hier nehmen kann und was nicht? Wo fängt das denn hier an? Du kannst schneller schwimmen, bewegt sich eine Hocke schneller, du füttert die wenige Leute beim Laufen. Du kannst Pfeile schneller ziehen und verschießen. Bogen ist natürlich mega fett. Takedown, du kannst Leichenleiner. Tadam, gehen wir sonst hin oder so, ne? Ist ja alles Kacke. Du hast gut gemacht, Jason. Double-click, Miles. Oh, sexy. The Tatau. Hey, Felipe. We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? Machen wir sie fertig. Ich fahr mit. Oh, unweilig. Lass mich gar nicht machen lassen, was ich machen lassen will. Ja, hau rein. Alter, wirst du dich weggekehrt. Alter, du hast dich gekehrt. Er ist die Zeige! Er ist die Zeige! Er hat aber dann verweist ihn! Nicht noch einen! Alter! Ich bin so gut an für mich! Ich will nur zu lösen Liza und meine Freunde. Mein Bruder. Das ist die einzige Weg, um sie zu leben. Du hast das Schlappkampfen. Du hast überlebt. Es ist Zeit, um zu kämpfen. Ich dachte, er legt noch eine Zeige um. Ich hab's gar nicht zugehört. Hi. Krieg ich deine Waffe? Ja. Ich will das, die Munition. Ja, ich hab mich jetzt fürs Schleichen und so entschieden, weil ich einfach nicht immer für sowas entscheide. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Soll ich nicht? Hm. Psy. Gut, dann... Schleichen wir mal. Ich kann jetzt ja so machen. Hm. Ich weiß nicht, wie man schlittert. Tut mir leid. Ich muss zwischendurch auch nochmal gärtnern. Das sieht ja hier aus. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll, aber... Ich weiß nicht. Ich... Ich brauch so Sachen wie Schalldämpfer oder einen Bogen wäre natürlich mega. Ich will einen Bogen haben. Okay, jetzt muss ich hier machen. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, ich komme. Oh, da, da sind Typen. Also, ich will jetzt alle töten. Nein, dass sie hören, dass sie... Was? Ich hab die Hand gehört? Scheiße. Oh nein! Das bin ich. Das mache ich mit Absicht. Ich furze immer damit hierherkommen. Alter. Ich hab ihn getakedown'd, aber irgendwann hat es mitgekriegt. Ist das ein Body? Kalaschnikow! Fall um! Fall um! Was ist das? Ah! Was ist das? Anschein nachdenkenes r color unoreet davon? Oh, mein Gott! 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 Oh! Oh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott. Lisa, wo bist du? Ja, ich komm gleich. Hier sind noch ganz viel Sachen. Grüner Poker-Tipp. So, auf die Pflanzen scheiße ich jetzt. Habt ihr was? Ist hier was drin? Sie ist nicht hier. Der Ausstattung nahe der Monarchie ist unter Angriff. Wo ist die amerikanische Prisoner? Wir haben sie verloren. Was? Sie hat auf der westen Seite der fucking Eiland. Ich erzähle euch, wenn wir da kommen. Sie hat es geschafft. Gut gemacht, Lisa. Jason, du bist wertvoller von der Tattoo. Wertvoller, um den Weg des Krieges zu gehen. Was bedeuten eure? Ich verkleide mich gern als Kürzlis an Halloween. Ich meine, das meine ich jetzt nicht, weil er schwarz ist oder so.